Hi, ich bin Marta. Ich komme aus Polen. Auf meinem Instagram-Kanal bin ich Jesus. Mr. Jesus. Mr. Jesus hat Probleme, die niemand von ihm erwartet. Er ist eigentlich wie ein ganz normaler Mensch. Er raucht. Trinkt Wein. Sorry, yeah, I lied to you yesterday. I met Isabel, not on the dancing classes, but on Tinder. Er macht oft Fehler. And to prove you that I'm really Jesus, I will walk on water now. Und schäme sich ständig. I'm having a bath in water. I mean, I could do wine, but I decided to have, you know, water. Oh, fuck. It's always happening to me. Mr. Jesus hat viele Freunde, die ihn oft begleiten. Wie? Maria Magdalena. Oh, my fucking God. Is he really shooting himself here? The Teufel. Oh, hello. Hello, hello. Außerirdischer. And actually, Ewan Alia, he's standing here next to me. Stop. He's in this. Stop. Okay, I'm not telling anything. The Seife. Hello. Nicolaus Copernicus. Oh, my God. Seriously, Nicolaus? You want to show your face? Freundin Isabel. Ja, du bist eine Isabel. Und viele andere. Ich möchte die Menschen überzeugen, dass alles, woran wir glauben und was uns wichtig ist, auch mit Distanz und Sinn für Humor behandelt werden sollte. Ich schreibe die Skripte, drehe, editiere und mache auch meine Musik für alle meine Videos. Und Mr. Jesus liebt euch. Ich schreibe die Skripte, drehe, editiere und schreibe die Skripte.